hallo und willkommen zurück bei rimworld ja irgendwie funktioniert das beim restaurant gerade gar nicht die norm und naja da sind dran ja gut die erholt gerade hier diese scheiß überlebensration die unten noch waren aber gut wenn die dann einmal da sind dann haben wir das auch die zufriedenheit bei ihm ist halt richtig am arsch weil er unterernährt ist aber naja da ist jetzt darum die bestellung aufzunehmen die norm wäre schön wenn du hier mal helfen würdest hör auf die ganze zeit auf toilette gehen zu wollen was soll denn das so daniel könig kommt sogar schon hier zur hilfe muss das jetzt alles alleine keren und und Untertitelung des ZDF, 2020 Haben wir kein Kalk mehr oder warum wird hier nicht mehr gebaut? Oh, guck mal, Bambi ist in der Mine dran Das lobe ich mir So, damit ist die Wand zumindest jetzt auch mal durch Oh, guck mal, Bambi ist Oh, guck mal, Bambi ist in der Mitte Oh, guck mal, mit wem anders verbindet Oh, die haben uns Silber geschenkt Schön Dabei waren gar nicht alle zufrieden Vielleicht sollten wir das Restaurant nicht 24-7 aufhalten Sondern zu einer bestimmten Zeit Und dann sind aber alle dabei, weißt du Alle gleichzeitig Na egal, bei uns kann jeder Immer essen Timo wird noch Meisterkoch So, wir könnten mittlerweile auch Rimmatomics hier reinklatschen Und dann Haben wir irgendwie eine anders aussehende Stühle Die hier und dann aus Stahl Die hier und dann ausstehende Stühle Die hier und dann ausstehende Stühle Die hier und dann ausstehende Stühle Überleg gerade, ob wir das hier in mehrere Räume teilen sollen Ah, sorry Also ich werde hier wahrscheinlich den Kern irgendwann hinmachen Na, ich werde ja hier wieder zumachen, wenn der ganze Stahl raus ist Ich weiß gar nicht, ob ich alle Es gibt ja mehrere, ob ich alle bauen muss Wie war das, ein großer, ein kleiner, ein kleiner Mittel oder sowas Ich weiß es gar nicht mehr Ich weiß nur, ich muss mal gucken, dass ich hier runter auch mal Strom lege Und dann ausstehende Stühle Und dann ausstehende Stühle Und dann ausstehende Stühle Es gibt einen Powerfungus Okay 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 Machen wir zu So So, wo wird gebaut? Bloody macht Bauteile Ismail macht Wand So, Najada macht Schlägerei Götterfunke 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 macht Götterfunke macht Die Werkzeugkiste Ja, Ismail ist Autotüren Autotüren Aber anscheinem Aber anscheinend Aber anscheinend gehen die wieder Kann ich doch nichts für, wenn hier ein weißer Hai euch angreift Das ist doch gefälligst Das ist doch gefälligst Eigenverantwortung Ich glaube, es ist ja es ist, das ist das war ich an die birerチェuk Aber das ist das ist das, das ist das, die Däuner von der Däuner Ich habe hier ein paar Minuten Götterfunke Einer Guck mal, wir können hier ein Badezimmer hinmachen mit Notdusche. Doppelnotdusche. Bauteile, Bauteile, Bauteile. Da habe ich zufällig Stacheldrahtzaun, habe ich glaube ich noch nicht erforscht, ne? Kann ich hier so vormachen. 16. Very Onyx. Brauche ich nichts von, also schon, aber nichts davon war es wert, dieses Risiko einzugehen. So, wo stelle ich denn dieses Heiler Serum her? Hier, was kostet das? 16 Penicillin, 16 Neutramin, zwei Hightech Bauteile. Mach mal immer so 5, bis wir 5 davon haben. Es wird ja eh Ewigkeiten dauern, bis wir die haben. So, und was brauchen wir hierfür? Neutramin-Medizin-Hypergewebe. 75, 50. Ah, die werden wir auch Ewigkeiten nicht bauen, weil wir kein Hypergewebe haben. Sooo, aber hier ins Lager können wir auch die Heiler Serums machen. Die heißen doch so. Oder nicht? Ja gut, dann kommen die halt hier mit rein. Malaria. Das ist aber nicht gut. Keine Ahnung, ob das hilft, aber wir geben ihm trotzdem auch ein Antibiotika. Einfach rein. Alles rein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. gut läuft ja langsam ne solange stahl da ist läuft die bauteile brauchen zwar mal ein bisschen weil bloody der einziges der bauteile herstellen kann aber geht voran mal dass das nächste bauteil ready das schlafzimmer hier ist auch mittlerweile ready kommen wir forschen mal hier den anfang komplett durch wo sind mir die dingens ich muss das bett wahrscheinlich in königliches bett umwandeln dabei habe ich hier so ein advanced ein riesiger interaction table aber ich habe noch kein vorhang wo sind denn die königlichen vorhänge genau Wo sind die königlichen Vorhänge? Die Wurzelnäu und die Wurzelnäu und die Wurzelnäu und die Wurzelnäu. Schön, dass sie da repariert wird. Die Wurzelnäu und die Wurzelnäu und die Wurzelnäu und die Wurzelnäu. Hier sind Mod-Royale Sachen, aber das sind nicht die Vorhänge bei... Geil, ich forschen mal als nächstes. Wenn die nochmal weiterforschen würde. So, wo wird gebaut? Pascal? Am Reparieren, verstehe. Reparieren ist auch wichtig. Götterfunke? Auch am Reparieren. Na ja, da. Am Kacken, okay. Ismail. Baut die Dusche. Stimmt, Quality Builder, da baut muss immer der Beste. Der baut dann auf. Und verkackt. Was war das? Da wurde einfach mal eine Granate ausgelöst. Aus Versehen. Von einer gigantischen Anaconda. Vielleicht bin ich auch einfach blind. Gehen wir mal jeden durch. Ich bin echt so blind, ne? Ein blinder Fisch. Mal, wenn wir den umstellen. Kann man so ein Blindfisch sein? Die Frage ist, was machen wir mit diesem Doppelbett? Ah, guck mal. Hier sind wieder wilde Menschen. Enten. Bauteile, alles gekauft. Neutramin, alles gekauft. Hightech-Bauteile, alles gekauft. Glitterweltmedizin. Können wir direkt ein Heiler-Serum vielleicht herstellen. Alles gekauft. So, jetzt muss ich aber was verkaufen. Sonst geht das nicht. Fangen wir mit den Dingen an, die wir gut weggeben können. Oh, noch ein Serum. Also, wir geben ab den teuren Zuckerrohr. Ein bisschen Mehl. Na, komm, auch die bionische Wirbelsäule. Den ganzen Alkohol. Oh, dann bin ich im Plus. Dann bin ich im Plus. Noch was, was ich brauche vielleicht. Sonst behalten wir die bionische Wirbelsäule. Ich weiß nicht, welche Techprints ich noch brauche. Also Heilungs, kompakt und künstlich. Gucken wir mal rein. Forschung. Welche brauchen wir? Kompakt brauchen wir. Künstlich. Wir brauchen alle drei. Michael, geh noch mal ran. Alle drei könnten wir gebrauchen. Was können wir denn noch verticken? Die ganzen anderen Getränke. Sind leider nicht so viel wert. Essen verkomme keins. Davon haben wir nicht so viel. Wir brauchen alle drei plaisir. Wir brauchen alle drei態atoren. Wir brauchen eine 4-5-2-4. Wir brauchen alle drei. ich hätte gedacht dass die hier mehr wert sind kaufen wir nichts die norm ist aber flott unterwegs guck mal plati kannst du dreck ein heiler serum bauen ja wird direkt ein heiler max serum gebaut so lobe ich mir das alter naik spielt piano für daniel könig ist das wichtig du solltest doch ein heiler max serum herstellen wobei wir könnten auch seine linke lunge damit reparieren gucken mal wie viele wir zusammen kriegen und 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 So, hier müssen wir noch auf 5 erhöhen. So, wir haben ein heiler Max hier rum. Ich will nur gerade einmal die hier neu noch verbinden. Komm schon Pascal, du kannst es. So, wir haben jetzt ein Heiler Max hier. so einheiler mac serum nein nein lunge ja würde ich sagen können aber auch aus einem gefangenen entfernen ach so ja übrigens gefangene inhaftiere bob wo sind denn die anderen sagen wir nicht die sind schon gestorben daniel inhaftiere jack black inhaftiere nein wie hart ist er verletzt einfach mal ein bein abgeschlagen so kann inhaftiert werden es liegt er kann aber inhaftiert werden er flieht sie flieht so bob was kannst du brauchen jetzt aber keinen bergbau wir brauchen den hand handwerker ich wollte hier doch noch auf irgendwas anderes gehen ach so ja hier den stacheldrahtzaun hier bekehren hier sieht gut aus für die kolonie aber das war es erstmal für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann wuuuuuuu